Hallo, mein Lieben, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Skyplug mit Flo. Hallo. Ich habe jetzt hier ein bisschen was gefarmt. Ja, Flo, ich habe gestern angefangen, halt hier den Dings umzubauen. Den Corbillstone-Generator. Ja, ähm, Leute, da unten sind zwei Endermen in unserer Farm-Flow. Falls du mal Lust hast, so, da hinzugehen, mach das gerne. Habe ich nichts gegen. Äh, was war, äh, irgendwie sieht das hier komisch aus. So, da kommt, dein Ernst. Kommt da noch, da noch hin. Okay. Ja, ähm, und ich habe überlegt, wir bauen hier unten jetzt so eine kleine Plattform, sowas in der Art. Halt hier drunter, wegen den Kisten. Und danach bauen wir oben den Corbillstone-Generator fertig. Und ja, dann hatte ich danach vor, eigentlich so, ähm, unten, ich mache erstmal oben den Corbillstone-Generator, die Plattform fertig, ähm, das tiefer zu bauen. Die Monsterfalle, weil Endermen noch überleben, wenn sie runterfallen, weißt du? Noch tiefer? Ja, Endermen überleben noch. Also, wir bauen nicht oben nochmal alles ab und wieder ran, sondern einfach nur unten ein bisschen tiefer. Das war, krasser Move, Alter. Dein Ernst? Was? Du lässt ihn einfach krepieren an dem Dings. An dem Kaktus? Ja. Voll gemein, ey. Mega mies. Äh, hier noch ein weiter rüber. So, machen wir hier nämlich die Dings hin. Die Zäune wieder. Dann hier nochmal. Wie viel muss denn das noch? Ähm. Eins, zwei, jetzt noch zwei. Okay. Nein. Nein. Doch. Ich muss mir echt eine neue Maus holen, Alter. Meine Maus spackt einfach mega rum. Hast du alle, hast du echt alle Spitzhacken rausgenommen? Dein Ernst, warum nimmst du alle Spitzhacken raus? Du kannst anfangen, dein Haus zu bauen sonst. Also, den Ort rauszusuchen, wo du dein Haus bauen kannst. Alter, das wird langsam mal unsere Aufgabe. Wir sollten echt langsam mal ein Haus haben. Also, jeder hat so sein eigenes. Ähm. Ich hab so vor mein Haus, weiß ich nicht. Wo mach ich das denn hin? Ähm. Ich weiß es nicht. Ich glaub. Ja, wenn wir hier unten so die Plattform haben, dass ich das dann weiter in die Richtung oder so baue. Ja. Ja. Ich glaube, so mach ich das. Ähm. Genau. Wir müssen... Jetzt... Ich brauch noch mal ein paar mehr Cobblestone Slabs. Nehm ich mal noch ein bisschen was raus. Bau da draus nochmal ein paar. Würde reichen, glaub ich. Ja, das dürfte reichen. Locker. Äh, unten. Zack. Ähm. So. Dann bis wo geht das? Bis... Rein sogar eigentlich noch weiter hier. Okay. Egal. Bis hier. So. Da noch einen hin. So, okay. Ja. Ähm. Ja. 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 Ich werd mein Haus... Ich hab vor, mein Haus aus, äh, Holz zu bauen eigentlich. Auch nicht so ein mega riesiges Haus, sondern nur so ein... Hohoho. Hohoho. So ein kleines... Ja, Häuslein halt. Kleines Häuschen. Ganz süß. Okay. Was ist das du so vor? Ich weiß es noch nicht. Hört wahrscheinlich aus... Stein, denk ich mal. Aus Stein? Ne, weil es halt, was wir hier haben... Das mag ich nicht so sehr. Hä, wieso? Wir haben doch... Ich mach jetzt Rekazienholz lieber. Ach so. Ja. Gut. Ich mein... Ja, gut. Aber... Ja, okay. Ja, okay. Okay. Kann man eigentlich auch Diamanten bekommen, irgendwie? No. Schade. Aber weißt du was? Wir haben ja eigentlich noch ein Nether-Portal, ne? Ja. Wir könnten rein theoretisch, so aus Spaß, in Nether gehen und, keine Ahnung, zwei Stacks steinweit entfernt noch ein Nether-Portal bauen und dann nochmal durchlaufen. Und dann? Dann könnten wir vielleicht, rein theoretisch, an einem komplett anderen Ort rauskommen. Und vielleicht ist das ja dann Festland. Ja, wir brauchen... Brauchen wir ein paar mehr Blöcke im Nether. Weiß ich nicht. Ich dachte, das war so. Aber halt mit einer anderen Rechnung, natürlich. Also auf jeden Fall sind... Ähm, Nether... Ne, warte. Im Nether ist ein Block... So gesehen... Um einiges mehr als... Hier. Aber 2000 wäre nicht ausreichen. 2000? Du brauchst ungefähr... Keine Ahnung, wie viele Stacks... Cobblestone... Um das Festland zu erreichen. Ja, ähm, hier. Hier, ähm, in der normalen Welt. Wie gesagt, die Rechnung ist halt um einiges anders. Es ist halt eine viel krassere Rechnung im Nether. Keine Ahnung, irgendwas so wie... Neun... Blöcke... Ne, äh... Ein Block hier sind neun Blöcke im Nether oder so. Ne, warte, was hab ich gesagt? Neun Blöcke hier sind ein Block im Nether oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Kein... Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm... Ja, auf jeden Fall halt irgendwie sowas war's. Ich glaub, ich brauch noch mehr... Davon. Gucken wir mal. Wir können ja fünf Stacks Stein nehmen. Scheiße, das geht nicht. Damn. Fünf Stacks Stein nehmen und dann... ...damit uns im Nether einfach mal in eine Richtung bauen. Und... Ja. Dann gucken wir mal, wo wir dann rauskommen, wenn wir... ...das Portal bauen. Wir können uns, glaub ich, sogar... Ne, wir haben kein Flint. Schade, sonst hätte ich gesagt. Wir können uns fast ein Feuerstein bauen. Äh... Feuerzeug bauen. Flo? Ja? Ach, doch noch da, okay. Okay. Sorry, kurze Unterbrechung bei mir. Oh, wie ich das hasse. Und scheiß, irgendwann... Ne. Ne. Und ich hab... Ich hasse meine Maus, Alter. Ich muss unbedingt eine neue Maus kaufen. Ich glaub, ich bestell mir gleich eine neue Maus. Ein Block Entfernung im Nether entspricht etwa acht Blöcke Entfernung in der Oberwelt. Ja. Da war ich mit neun gar nicht mal so weit entfernt. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie weit das... Lol. Äh, Flo? Ja. Warte mal, liegt das daran? Ja, oh, okay. Was ist das? Ne, hatte ich erledigt. Egal. Ach, haben wir halt... Sieht halt scheiße aus. Äh, ja. Mein ich ja. Da war ich mit neun gar nicht mal so weit weg. Dann machen wir... Keine Ahnung. Fünf Stacks oder so. So, dann kommen wir hier in die Kisten. Kisten, meine ich. Gut. Da ist sogar noch der Stein drin. Ich weiß nicht, würde ich jetzt halt sagen, weißt du? Ähm. Ja, komm, machen wir das so hoch. Machen wir das System? Ja, ich mach... Wir machen das System. Okay. Also, ich hab mal so'n provisorischen Weg zu meinen... Wo ich mein Haus zum Bauen möchte, gebaut. Jo. Scheiße. Hab ich nicht mehr... Scheiße, ich muss mal... Dings bauen. Huioho, neue Stone Slips. Äh, nee, Bruch... Nee, warte, was ist das? Äh, Steinziegel Slips. So, wird reichen. Kann man daraus Zäune bauen? Und Steinziegel? Ja. Schade, nein. Wär witzig. Wär geil gewesen. Wär geil gewesen. Wie machen wir das hier eigentlich? Ich glaub... Mh... 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 Machen wir das so... Ja, komm, ist okay. Passt so, passt so. Äh, wie hab ich da... Da hab ich da einen. Dann muss... Da noch einer hin. Es regnet, es regnet. Ja, der wird nass. Oder so ähnlich. Äh, ja. Ja, gut. Dann... Ja, weiß nicht, Flo. Wie viele Stacks wollen wir nehmen? Zehn? Äh, wir können... Weiß ich grad nicht. Ja, ähm... Ja, ich würd zehn sagen eigentlich. Ich mein, wir können ja mal nachgucken, wie viel... Blöcke das entfernt ist eigentlich. Äh, also wie weit... Die Insel halt entfernt ist eigentlich. Gibt's bestimmt auf YouTube oder auf Google so ein... Ja, würd ich sagen. Ich denk schon. Ähm... Und dann... Ja, rechnen wir das mal aus irgendwie. Weißt du? Ja, könnte man machen. Machen wir das so. Zack. Zack, zack, zack. Okay, nice. Dann haben wir... Eigentlich können wir den Cobblestone-Generator jetzt so lassen, oder? Eigentlich, obwohl... Naja. Dann sind unten... Die Dings drin, stimmt. Ähm... Und ja, es muss hier eigentlich nichts mehr rauf. Aber so ein kleines Dach wäre eigentlich doch schon ganz schön davon, ne? Machen wir mal schnell. Zack, 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 zack. Zack. Ich weiß nicht wie. Wow. Ja, es war... Super fantastisch. 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 So, dann würde ich sagen, fangen wir hiermit an. So, zack. Dürfte reichen, oder? Zack. Zack. Nein. Zack. Zack. Damn. Das muss ja eh weg. Der muss auch weg. So. So. Okay. So. Okay. Was hätten wir? Was machst du eigentlich gerade? Ich guck gerade was nach. Wie weit die Insel entfernt ist? Also man braucht in der... Aber man wollte ungefähr 10 Stacks. Ja, dann nehmen wir 5 Stacks von dem Dings mit, würde ich sagen. Würde ich jetzt als logisch eigentlich so... Ähm, so. Ja, achten. Redepartier dich rum, Enderman. Ja, ja, ja. Lol. Sorry. Ich wollte dich da eigentlich nicht runterschubsen. Ach, der auch nicht. Ich bin da runtergelaufen. Ach so, okay. Gut, gut. Ich wollte da noch einen rauf. Mann. Ah. Ein Block setzen. Danke. Drecksmaus. Ich glaube, wenn ich gleich eine Gamermaus finde, die nicht unbedingt allzu viel kostet, dann kann ich mir die noch schnell schnecken. Dann mache ich das auch, ey. Das geht ja gar nicht. Ganz. Moment. Warte, das muss offen bleiben. Hm. Das ist jetzt... Äh. Moment. Das kann auch weg eigentlich. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und... Das muss weg. Wie sieht das jetzt von da oben aus? Eigentlich gar nicht mal so schön, ne? So könnte das eigentlich sogar recht stylisch aussehen. Moment. Zack. Ja, kann man machen, oder? Ach komm, stört jetzt nicht so sehr. Stört jetzt nicht so sehr. Gut, dann haben wir den fertig. Muss ich hier nur gleich wieder ausleuchten. Ja, auch vier Fackeln, okay. Ja, hab ich noch. Eins, zwei... Also, wir brauchen, nein, wir könnten einfach, ähm, Stone Slaps nehmen, die auch teilen. Dann brauchen wir nur drei Stacks, und dann hätten wir sechs Stacks Stone Slaps. Drei Stacks Cobblestone, für sechs Stacks Stone Slaps, der Dingster. Ja. Ja, dann machen wir das mit... Na, obwohl, da besteht halt die Gefahr, dass wir runterfallen, ne? Ich hab kein Bock runterzufallen. Ich hab das ja so machen. Ich mein, Cobblestone ist schnell gefarmt. Deswegen. Aber mir ist es egal, gucken wir mal. Wir haben ja Zeit. Gott. Also, dann brauchen wir noch einen Stack Cobblestone, ne? Wir brauchen noch einen Stack Cobblestone, damit wir die drei Stacks bauen können. Schade. Moment, wir können das anders machen. Hey. Wir machen das so und so. Genau. Und hier wollte... Hier mach ich dann eh noch einen Weg weiter, weil ich hier lang mein Haus... Obwohl, dann führe ich mein Haus zu dir. Ist auch nicht so gut. Nee, dann mach ich das nicht hier. So, und da würde ich sagen... Hier. Äh. Nee, dann führe ich hier mein Haus... Nee, dann mach ich mein Haus in die Richtung. Irgendwo. Zack. Zack. Und... Das dürfte hier unten auch genug ausgeleuchtet sein. Dann stelle ich die Betten mal vorerst hier hin. Äh, also da hin. Ich hab grad Frame-Einbrüche. Wie gesagt, du musst halt, um an den Cobblestone zu kommen, flog, musst du von hier unten her, ne? Ja, das war mir schon klar. Ja, gut, ich wollte es nur noch mal sagen. Und dann... Vielen Dank.